Das längste Videospiel dauert 400 Tage, um es durchzuspielen. The Longing ist ein Videospiel, in dem man einen Schatten spielt, der die meiste Zeit eigentlich wartet. Man wartet nämlich drauf, bis der alte König ausgeschlafen hat und das dauert 400 Tage. In Echtzeit. Wirkliche 400 Tage. Du kannst dich mit dem Schatten durch ein Höhlensystem bewegen, ein paar Aufgaben machen und sogar das ganze Moby Dick Buch lesen. Wenn man zum Ende der Höhle will oder auch neue Gebiete freischalten möchte, muss man warten. Zum Beispiel, bis eine Spinne ein Spinnennetz fertig gespinnt hat oder auch ein Felsen von der Decke runtergestürzt ist. Nach den 400 Tagen erwacht der König und das Spiel endet. Und hier gibt es vier verschiedene Varianten des Endes, je nachdem, was du in deinen 400 Tagen geleistet hast.